an der perle ist auch nicht schlecht auf jeden fall brauchen wir glaube ich sogar auch siehst du brauchen wir sogar das wichtigste kommt gleich sogar noch leute das wichtigste da fehlt nämlich noch was ganz ganz wichtig ist heute sind so goldner passt ok ich glaube wir brauchten zwei bronze ich hoffe dass es das ist an alu ich hoffe es sieht aber gut aus nun ist wohl erst mal doch in dem buch steht es drin möchte gern die flügel haben oh ja die flügel ohne dafür würde und das geht wahrscheinlich nicht die vegane version davon und wieso haben wir den schleimball noch nie hinzu gehabt haben wir schon schleim 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 ich glaube wir haben den schleim gar nicht mist hier muss unbedingt aufgeräumt werden hier muss sowas von aufgeräumt werden sowas von weiß gar nicht ob das alles noch hier einschmeißen oder woanders rein sortiert da sieht nicht gut aus sieht nicht sehr gut aus aber wo klinge mit der wasser die frische milch haben wir da ohne schmerz sogar da schon was hin hier drüben kann das aber nicht hier drüben hat er nichts drin geworfen oder das wird ärgerlich und das ist schwer glaube ich also wir waren ja nun unterwegs noch kein einzigen dieser blubdinger gesehen eigentlich sind die gar nicht mal so selten auf dem server haben wir die relativ oft jetzt nicht übertrieben oft aber schon so dass man jedenfalls findet natürlich auch den gürtel erst mal herstellen aber das werde ich glaube ich ganz zum schluss machen doch tatsächlich die wachsen gucke mal hier das ist gestorben hier drin ok legt die schnisch mit unseren die wachsen auch im hell gut schön rein mit euch das eisen können wir auch der sie können eigentlich alles irgendwie in links machen wir es ist hier in den enden in links aber das lassen wir erst mal das muss erst mal ein schluck trinken ganz wichtig mal hier und raus ist wie die hölle los man hört das schon richtig da könnten die eigentlich auch mal futtern dafür sind die immerhin da ne ich könnte unsere hose mal ein bisschen verzaubern und unsere tasche erst mal weg packen hier so ne solltest du nicht machen und die hose machen immer schutz drauf drei oder so mal gucken was wir da können machen können hose schutz sogar vier kostet mich sechs kostet uns in 16 aber schutz drei machen machen wir das lieber haltbarkeit dankeschön das ist schon wieder hell aktuell nicht da komm her mein freund wo ist er hin ich mach dich platt feigling da ging hat er eigentlich angst feigling da ist er ich höre dich du bist hier irgendwo komm einfach her und zeig dich Arsch komm runter Alter der hat aber schaden gemacht der Bogen glaube ich Das ist meine... Oh! Was? Alter Schwede. Ne. Ne. Lol. Wie gehen die denn ab? Alter. Das war fast alles kaputt. Was bist du hier? Ist auch nicht wirklich stark. Ich glaube das hackt. Jetzt haben wir jetzt noch mal eine Bude weggesprengt. Gucken wir, ob ich jetzt schlafen kann. Alter. Ich glaube es hackt. Was? Wie? 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 Ich weiß nicht, wer jetzt da hinklicke. Ich habe jetzt Angst, dass das Spiel abstürzt. Da. Alter. Wie lächerlich. Warte mal. Habe ich auch die grünen Blöcke bekommen? Wo sind die Blöcke hin? 1, 2, 3. Okay. Aber da fehlt mir doch auch noch was. Und die anderen Blöcke finden wir doch auch weg, dass ich die sehe. Oh, Schweinebacken ey. Jetzt muss ich erstmal hier ein bisschen sortieren. Gucken, ob alles da ist. Krass, wie sind die denn abgegangen, die Leute? Eisenschwert, Schärfe, Schieße mich tot. Ach so, das war so. Den hatte ich da gehabt. Also die drei Waffen habe ich schon mal wieder da. Die habe ich jetzt aber neu. Die hat keiner fallen lassen. Hat nur deswegen, die man so viel Schaden gemacht hat. Ach so, das war Aluminiumeisen. Ah, okay. Das sind die drei Fackeln noch. Atlas. Das muss ich erstmal ein bisschen sortieren hier. Tenryu war oben. Das war auch oben. Das war unser... Das Schwert hat mir glaube ich auch noch mit. Ich weiß gar nicht warum eigentlich. Müssten wir eigentlich gleich mithaben, weil wir das Ding haben. Was wie besser ist sogar. Also einmal kurz rein. Weg, weg, weg. Ich höre immer noch Zombies. Jedenfalls ist das schon mal wieder dicht. Okay, gut. So, erstmal hier oben. Gut, das ist hier unsere Diaristik, die wir hatten hier. Als Ausstellungstück, die ist kaputt. Ist halt nun mal so. Was ist das überhaupt für eins? Einfach nur Goldschwert. Was aber ziemlich krass war. Everlast Iron Sword, okay. Stimmt, wir haben hier noch die Schwerte auch noch gehabt. Irgendwann muss er die Tasche auch mal wieder vernünftig aufräumen. So, ähm... Weg. Krass. Na, dann haben wir da alles bekommen. Oh, und zum Maragd. Werfbarer Dank der Schwäche. Okay. War das alles? 18 Nuggets und und zum Maragd. Ja, gut. Verrückt, 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 verrückt. Ach doch. Weg, weg, weg. So. Dann müssen wir uns erstmal was zu essen hier machen. Waren wir uns mal die Kartoffeln hier. Also nebenbei mal reinschmeißen, jedenfalls. Ich weiß auch nicht, wo diese... Spinnengeräusche herkommen. Keine Ordnung. Ich glaube, so weit haben wir jetzt wieder alles fast auf Vordermann hier. Und jetzt müssen wir draußen gucken, was da noch fehlt. Irgendwie fehlt uns doch die Säule da, ne? Das ist ärgerlich. Hier die. Fabrikblock. Blaues Drahtgitter. Und hier fehlt uns auch noch Eichenholz, glaube ich. Eichenholzbretter. Erstmal fehlt uns Fabrikblock. Holz ist sowieso eine Etage tief, ne? Oder? Ja. Fabrikblock. Der könnte hier unten mit sein. Da haben wir den Teppich. Was ist das hier überhaupt? Ach, das ist Resin. Ja. Ach, gucken mal. Da haben wir sowieso noch ein Lammensschild. Da sind auch die Schätze. Ha. Rülkig. Die hatten wir sogar schon. Wenn, dann müsste der Block hier unten drin sein. Fleisch Sprocken. Ha. Stimmt, die haben wir noch mal. Bücher sogar. Oh, was haben wir hier denn immer gehabt? Okay, Kettenhemd kann man oben aufhängen. Trank der Heilung. Lederkappe können wir uns dann auch oben aufhängen. Haben wir hier noch was? Mist, in die Blöcke haben wir davon keine. Das ist ja ärgerlich. Ich habe es. venue Cam мер liquanzale. things. Okay. Gut.